aloha und eko mai herzlich willkommen zum neuen fortnite shop und auch heute schauen wir gemeinsam was denn neues in den shop hinein kommt der shop ist auch in einer sekunde da ok da haben wir so legen wir mal los da haben wir einmal die windschläuferin echo die ist nach 60 tagen wieder zurück dann haben wir laced zurück nach 33 tagen zweiter stil und noch den dämmerbär als backlink nice dann haben wir hier einmal paradox auch nach 33 tagen zurück hier die ewigkeit als backlink dann haben wir das alles sieht als auch die nach 33 tagen zurück dann haben wir equilibrium gleiter auch nach 33 tagen zurück und wir haben jonesi die kuh 34 tagen zurück hier mit der milchtüte als backlink dazu gibt es natürlich die rinderhacke dies nach 73 tagen zurück dann haben wir in der nächsten zeile einmal den cartoon muskelkater zurück nach 30 tagen einmal den skin mit dem zweiten stil noch gleich mal jetzt nicht dazu gibt es dann noch die tun viel stoße als backlink und die schwergewichte als axt dazu gibt es ein musik paket man muss sich gerade einfach musik an machen sonst können wir es nicht hören das ist die musik dazu dann haben wir den ladebildschirm und wir haben noch ein remote dann gibt es noch test test als remote das ist nach nach 42 tagen wieder im shop dann guck mal in der nächsten zeile in der täglichen da haben wir die sparte assassin die ist nach 33 tagen wieder im shop dann guck mal weiter safari der skin ist nach 48 tagen wieder da hier mit dem backlink dann haben wir lobbyklassiker ich muss jetzt noch mal die dicks anmachen dass wir musik hören können einmal lobbyklassiker kennt glaube ich auch jeder und wir haben die butterbodensause dann haben wir noch jonglieren zurück nach 33 tagen und durch die decke ist nach 31 tagen wieder zurück dann haben wir noch das weiße kaninchen paket dann haben wir hier die fußballer zurück wir sind nach 31 tagen wieder da da gibt es aber die weiblichen gehen wir gerade einmal durch ich glaube die haben auch verschiedene stile gucken wir gerade einmal nach so die kann man ausrüsten ja verschieden kann man sich mal durchsortieren dann haben wir auch die herren da ist das dann genauso kann man sich aussuchen was man haben möchte dann gucken wir hier in die torgefahr da haben wir einmal den elite töppen auch nach 31 tagen wieder da buvusela auch dann haben wir den gleiter torgefahr auch nach 31 tagen zurück balltricks und auch die rote karte nach 31 tagen zurück dann haben wir hier noch den grünen kobold arcane und hier unten aber noch mehr angebote flink der ist nach 145 tagen zurück hat die rattenlaterne als backblink dazu gibt es dann glücksexte und es gibt stahlraster die lackierung dann haben wir die jade rasern nach 188 tagen zurück im shop hier mit dem backblink dazu haben wir dann den furchtlosen drachen und es gibt den drachenodem als axt auch nach 188 tagen zurück der drachengleiter hier der ist nach 351 tagen zurück dann haben wir die tiger krallen nach 182 tagen zurück und die wilde zeichnung nach auch ebenfalls 182 tagen dann gehen wir die nächste zeile da haben wir den rauch drachen der ist nach 351 tagen zurück hier noch im zweiten stil cool mit backblink natürlich passt sich dann auch an mit backblink natürlich passt sich dann auch an dann haben wir den versänger auch nach 351 tagen zurück und die phantom flange ist auch nach 351 tagen zurück das ist auch eine nice lackierung finde ich ja und dann haben wir den john yu auch nach 351 tagen zurück hier mit dem loyalen schild als backblink dazu gibt es dann den guandao auch nach 351 tagen zurück und den gleiter himmlischer drache genauso lange nicht im shop gewesen und wir haben den bau kumpel der ist nach 100 tagen wieder zurück hat hier vier verschiedene stile gehen wir einmal einzeln durch kann man es besser gucken einmal schwein einmal rind einmal vegetarisch und einmal garnele und da gibt es dann das backblink dazu baukorb wie gesagt nach 100 tagen zurück dann gibt es die knödel kelle auch nach 351 tagen zurück und dann gehen wir die nächste zeile da haben wir dann den john zurück mit seinem backblink hat noch einen weiteren stil hier in gelb ist auch nach 351 tagen zurück da ist das backblink dazu dann haben wir den zerstörungswelle als axt auch die nach 351 tagen zurück auch die nach 351 tagen zurück shifu ist wieder da auch nach 351 tagen dazu gibt es schneide des weisen abgelenkt auch nach 351 tagen zurück dann haben wir die panda beauftragte dies nach 25 tagen zurück hier mit dem bambus als backblink dazu gibt es noch wukong der ist nach 25 tagen wieder da mit den royalen flaggen dann haben wir den königlichen drachen nach 347 tagen wieder im shop dann gibt es jingo bang nach 25 tagen zurück die rote verteidigerin ist nach 36 tagen wieder im shop dann haben wir den blutroten speer der ist nach 274 tagen wieder im shop dann gibt es noch den feuerläufer die drachen axt ist nach 351 tagen zurück tai chi nach 351 tagen auch schau links ist ab nach 24 tagen ja und hier sind noch die pakete und das war schon mit dem shop für heute ma hallo bis zum nächsten mal tschau eure sam und ich Bis zum nächsten Mal.